Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo möchten wir Ihnen die Möglichkeiten des Nachrüstsets 60-94-3 zeigen. Welche Lokomotiven können wir jetzt mit diesem Hochleistungs-Nachrüstset nachrüsten? Und hier handelt es sich um das Nachrüstset für kleine Scheibenkollektoren. Dieses Hochleistungs-Motoren-Set ist für die kleinen Scheibenkollektoren. Was sind jetzt die kleinen Scheibenkollektormotoren? Da habe ich einmal einen ausgebauten Anker. Der sieht so aus. Und die Namensgebung kommt, weil diese Kollektorfläche aussieht wie eine Scheibe. Darum heißt er hier jetzt Scheibenkollektor. Und das ist die kleine Bauform davon. In diesem Set sind dann diese Teile enthalten, um den alten Motor durch einen neuen Hochleistungs-Motor zu ersetzen. Wir machen die Packung mal auf. Der Inhalt sieht dann so aus. Und auch hier gibt es dann ein Feldmagnet. Er sieht ein bisschen anders aus wie bei dem anderen Motor-Set. Er ist auch baubedingt durch die anderen Möglichkeiten ganz anders aus. Auch das Motorschild im ersten Moment sieht es wohl gleich aus. Aber er hat andere Ausbuchtungen, hat hier eine Aussparung. Es ist also speziell für dieses Set gemacht worden. Auch dieser fünfpolige Anker, auf den ersten Moment sieht er gleich aus. Wenn man ihn aber umdreht, sieht man hier, dass die Welle viel dicker ist. Dann haben wir die altbekannten Entstördrosseln, unsere Kohlen und zusätzlich noch Befestigungsschrauben. Auch hier wieder die Frage, welche Lokomotiven können mit diesem Nachrüstset umgerüstet werden. Man kann vieles wissen, aber doch nicht alles. Wegen dem machen wir auch hier unser Beispiel. Hier haben wir eine kleine V60 oder 262 der älteren Baugeneration. Wenn wir dann auch hier wieder das Gehäuse einfach abschrauben, sehen wir hier unseren Motor. Das ist der kleine Scheibenkollektor. Sieht man sofort daran, dass wir jetzt hier Bürste und Kohle haben. Und die sind jetzt von vorne gesteckt. Das heißt also hier in der kleinen Bauform. Dieser Motor würde dann komplett durch den neuen Hochleistungsantrieb ersetzt. Und das heißt dann, wir könnten dann hier auch einen neuen Dekoder einbauen. Im nächsten Erklärvideo bauen wir mit Ihnen zusammen den neuen Motor hier ein, sodass wir hier einen neuen Hochleistungsmotor haben.